Wir kommen zum Restaurant Und dort haben wir eine Rangfolge. Diese Rangfolge ist bedeutend der Schöpfung von Gott. Diese Rangfolge ist bedeutend der Schöpfung von Gott. Gott hat seine Souveränität einfach fest. Gott hat seine Souveränität einfach fest. Paulus sagt, ich will, aber dass ihr wisst. Paulus sagt, ich will, aber dass ihr wisst. Durch diese Einleitung des Verses unterstreicht die Wichtigkeit des Verses. Wenn wir an unsere Zeit denken, dann müssen wir sagen, wie aktuell ist seine Einleitung. Heute wissen wir sehr viel. Denn heute in der Welt wissen viele, aber sie wissen nicht mehr die größte Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ihr wisst um die Gleichstellungsbewegungen in der westlichen Welt. Sie wissen, wie ein Ruch der Emancipation in der Westlichen Welt ist. Mann und Frau gleich sind. Sie wissen, dass man und Frau gleich sind. Sie wissen, dass ein Mann und Frau gleich sind. Sie wissen, dass ich heute bin. Heute bin ich Mann, warum bin ich Frau. Jutro fühle ich, dass ich Frau, dass ich Frau, und ich Frau. Jutro fühle ich mich als Frau, dass ich Frau, als Frau. Ich fühle mich als Frau, als Frau. Ich fühle mich als Frau, als Frau. Alles ist alles gut. Karte der Biblii. Vers 2. Vers 27. Vers 2. Vers 4. Bóg hat es einen Mann und eine Frau. Er hat einen Mann und eine Frau. Er hat ihn mit einem Mann und einem Mann. Wo ist es Adam? Bóg hat es erst einmal Adama. Und dort hat es ihr Mann und Babys. Und in diesem Fall sieht man eine Unterschiede. Mänszczyzna und Frau. Und Adam hat es schon wieder. W Adamie Bóg, aber schon schon wieder einmal gesehen, Aber sie war ganz anders. Sie entsprach ihm, sie waren seine Gleichgewichte. Aber es ist so zu testen und 3 und 3. Und 3 und 3 und 3. Aber es ist so zu testen mit Thessalonischem, nicht nur durch Ciel, aber durch Duch und Dutzen. Und deswegen sehen sie Männern von der Unterschied. Und das ist sehr schön. Das ist vollkommen. Das ist vollkommen. Weil der vollkommen Gott ist ja so eingerichtet. Weil der vollkommen Gott das hier so eingerichtet. Wie immer erzählt die Herrlichkeit Gottes die ausdehn und verkündet seine Ende Werk. Psalm 19. Mówi nam, że niebiosa opowiadają Chwałę Bożą i dzieło Rąk Jego. Chcemy w prostocie serc trzymać się takich słów. Und es ist erschreckend, dass diese Gedanken, diese negativen Gedanken, die ich kurz vorgestellt habe, gerade in der christlichen Welt sie etablieren. Aber wiecie, was ist so smutne? Das ist, dass diese Gedanken in der christlichen Welt auf die Gedanken sind. Weil wir in Islam nicht sehen können. Und in Hinduismus auch nicht sehen können. Aber wir, die wir waren, haben wir über Jahrhundert Jahre. Aber wir, die wir, die wir haben, über Jahrhundert Jahre. Wir bewegen ein Abwärts-Entwicklung, die Hörsa ist. Wir erleben ein Abwärts-Entwicklung, die Hörsa ist. Paulus zeigt hier also eine Rangfolge, nicht eine Wertigkeits-Folge. Das, was Paulus hier in 11. Versagen ist, ist die Koleinigkeit hierarchie, nicht die Koleinigkeit. Wenn jemand sich Christus befindet, dann alle Unterschiede sind. Die Menschen sind ausgesucht. In Nowem Storzen, in dem, der uns in der Vergangenheit, gibt es nicht mehr Menschen oder Frauen. Wir müssen wir jetzt in Nowen Storzen. Wir müssen jetzt in Nowen Storzen, aber wir müssen, według Ciała, in Storzen. Das ist ein paar Männern vorne aus unterschiedlichen Aufgaben. Und deswegen, in diesem Storzen, in diesem Storzen, in diesem Storzen, Menschen und Frauen haben verschiedene Aufgaben. Paulus fängt hier in der Aufstellung mit Christus an. Paulus, hier in unserem Wiersz, in diesem Storzen, in diesem Storzen, in diesem Storzen, von Christus aus Christus. Wenn wir Christus als Haupt sehen, dann freut uns das immer. Und wenn wir Christus als Haupt sehen, in der ersten Storzen, wir sehen, in der ersten Storzen, wir sehen, Pedro 1 zum Schluss, wird Christus bezeichnet als Haupt von allem. Efezje an I rozDZIale, ostatnio wiersze. Christus ist nawet przedstawiony, in der zweiten Storzen, in der Zeit des Tauben, auf den Rhein, wird das nicht wahr sein, für den Weltmensch. In dem 천en Storzen, in der ersten Storzen, wird es auch wid kunna, für die Menschen auf der Erde gesehen. Und als Haupt über alles, hat Gott ihm der Versammlung gegeben. Aber wie der Taken, der jetzt Glauben, gegen ihn in der ersten Storzen, Wie ein vollkommenes und guter Zgromadzen. Aber hier geht es noch nicht um das Zgromadzen. Hier wird gesagt, Christus ist das Zgromadzen eines jeden Mannes. Aber hier geht es als Glauben dieser Hierarchie in der Entwicklung. Er ist das Glauben der Menschen. Also wer ist das Glauben? Als Glauben? Wieserter nur? Nein, jeder Mannes. Nein, jeder Mannes. Das ist das Glauben. 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 Wobei wir stehen oder stehen im Arbeitsprozess. Każdy z nas Starszy, był in związku z takim pracy. Przedawca, pracodawca. Und da hatten wir auch ein Haupt über uns. Będącym zatrudnionymi, doświadczyliśmy, co to znaczy, Das war unser Chef. Das war unser Chef. Wir mussten ihm sein. Genau so ist Christus das Haupt. Genau so ist Christus das Haupt. Koloss 1, alles ist durch ihn und für ihn geschafft. Koloss 1, alles ist durch ihn und für ihn geschafft. Koloss 1, alles ist durch ihn und für ihn geschafft. Koloss 1, alles ist durch ihn und für ihn. Das heißt, dieses Wort ist vollkommen, was ich habe. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Und er ist so richtig, so richtig, so richtig, so richtig, so richtig. Marka, X rozdział, sagt uns, dass er nur ein Gott ist. Er ist auch ein Allgegenwärtig. Er ist auch ein Allgegenwärtig. Er will nur sich. Er will nur ein Gott sein. Er ist egal. Er ist sicher. Und das ist etwas, was wir geben. Er weiß nicht, was wir machen. Wobei wir in unserer destiny haben, unsere церквationen, das wir alle, Aber die Höhlen ist diesmal. Aber die Höhlen können wir, die wir haben, nicht mehr. Aber jetzt sagen wir, dass die Höhlen ist der Mann. Aber der Höhlen ist die Höhlen. Aber es ist gar nicht so wichtig. Wenn es nicht so wie eine Emancipation ist. Christus ist das ein Volk-Höhlen. Christus ist gut geworden. Ich bin unvollziehbar. Ich bin ungewissbar. Ich bin ungewissbar. Ich bin auch nicht überall. Ich bin auch nicht überall. Ich habe auch nicht nur Gedanken wie gut. Ich habe auch nicht nur Gedanken wie gut. Ich bin auch nicht nur Gedanken. Ich bin ein Mann. Das hat Gott geschrieben. Ich habe nichts getan. Ich konnte nichts tun. Aber was haben Sie gesagt? Christus ist mein Haupt. Wie bin ich ihm verantwortlich? Aber wir wissen, dass Christus ist unsere Glauben. Wir sind mit ihm. Ob ich nun Mann oder Frau bin. Alle sind in einer unterwirklichen Position. Es ist ein Mann oder Frau. Es ist ein Mann oder Frau. Alle sind in einer unterwirklichen Position. Das Haupt ist Christus aber ist gut. Aber Glauben ist Gott. Es ist Gott. Also ich habe es gesagt. Gott. Es ist mein Haupt. 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 Dies ist mein Haupt. Es ist mein Haupt. Es ist ein事情. Das, dass ein Mensch das immer noch immer noch kwestiert ist, ist wirklich dritt, wenn es das Chaos gibt. Wenn es das Chaos gibt, dann ist es immer Chaos. Weil wir in unserem Leben sehen, dass wenn es die Glocke ist, die Glocke ist nicht, dass es immer noch ein Chaos gibt. Das Chaos gibt immer noch. Das Chaos gibt in unserem heutigen Gesellschaft. Die Ehe sind aus. Die Familie sind aus. Die Familien sind aus. Die Familien sind aus. Die soziale Einrichtungen. Die soziale Einrichtungen. Die soziale Strukturen und Verhältnisse sind aus. Das ist einfach so aus. Das ist einfach so aus, dass sie nicht aus. Das ist nicht der Verhältnis, den Gott. Jetzt kommt zu Vers 4. Der vierte Vers 4. Jeder Mann, der betet oder weiß sagt. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje. Ja, interessant. Bet und weiß also zwei Tätigkeiten. To jest ciekawe tutaj wyrażenie. Modlenie i prorokowanie. To są dwie różne czynności. Das ist meine Frage. Co to jest prorokowanie? Prorokowanie oznacza przemawianie bezpośrednio myśli, które otrzymaliśmy z społeczności z Bogiem. I Piotra. I Piotra. IV rozdział. 11 wiersz. Co tam czytamy? Jeśli ktoś przemawia, niech mówi, jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. To jest prorokowanie. To jest prorokowanie. Oznacza gegenwalt Gottes. Worte Gottes sagen. Że ktoś wypowiada słowa, które otrzymał bezpośrednio ze społeczności z Bogiem. Słowa, które są w jej uchwale. Czy to są słowa, które mówię sam dla siebie? Nie, jeśli ja prorokuję albo inny brat, to zawsze mówię to komuś. To jest bardzo ważne w związku z tym tematem. Bo tutaj mowa jest o pewnym publicznym postępowaniu. Znajmniej inne osoby są też przeciwko. Takie, to taka czynność, gdzie inni są obecni. Słuchacze. Z jednej strony mamy prorokowanie. Z drugiej strony modlenie. Modlitwę praktykujemy w życiu takim osobistym. Ale tutaj nie chodzi o osobistą czynność. Tylko tu mamy mowę o publicznej modlitwie. Tak jak pierwszy Tymoteusza nam to mówi. Chce, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Bo tutaj widzimy, że kontekst nam to wyjaśnia, że to jest publiczna modlitwa. Mianowicie czytamy o tym, że ma pokrytą głowę. Nakrytą głowę. Więc jeśli ja jako mężczyzna mam zadaję modlić się teraz, to nie czynię to mając czapkę na głowę. Ale jeśli modlę się sam dla siebie, to jest to możliwe, że modlę się nawet w sytuacji, gdzie mam pokrycie na głowę. Ale tutaj mamy na myśli publiczny charakter. I w takiej sytuacji mężczyzna nie pokrywa swoje głowy. W Izraelu było inaczej. Oni mieli nakrywać swoje głowy. Ale w naszym czasie, w czasie chrześcijaństwa, czas łaski, mężczyzna nie nakrywa swoje głowy. Dlaczego nie? Bo czyniąc tak zniesławia swoją głowę. Jaką głowę? Chrystusa. Bo on jest głowę mężczyzn. Więc było słusznie, to co przed chwilą czyniliśmy, że modliliśmy się bez nakrycia głowy jako mężczyzn. Ale jak widzą na przykład kobiet? Paweł wyjaśnił to w kolejnym wierszu. Każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje, znowu widzimy te same czynności jak wcześniej. I załóżmy, że ona ma nie nakrytą głowę, to czytamy w słowie, że ona, w takim przypadku, hańbi swoją głowę. Jaką głowę? Swego mężczyzny. To więc nie jest słuszne. Bo zawsze głowa ma jakby stanowisko przodujące. Teraz widzimy pewne porównanie, które mówi, że to jest to samo, jakby kobieta goliła się albo ścięła swoje włosy. Wiecie? Czy słowo przez to chce nas nauczyć, że kobieta ma szczyt swoje włosy? Nie, 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 nie. Nie, nie. Bo żadne jest będę. Są to, tak jak dobrze jest, gdy będzie to jest, gdy wiese předęczą, że nie jest to jest też żołą. Tylko to ma być pewne porównanie, które mówi, że tak samo hańbiącą rzeczą, jak ściąć dla kobiety włosy, tak samo jest hańbiącą rzeczą, Modlić się nie w nakrytą głową. Ob je ein Frauen zu weiss sagen? Czy kobiety też prorokują? Apostelgeschichte 21. Dzieje Apostolskie. 21. Rösser. Die Töchter des Friedrichs. Die Töchter des Friedrichs. Córki Philippa, Ewangelisty. Lesen auf Vers 8 und 9. Od 8. Wiersz. A wyszedłszy na zajucz, Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Philippa, Ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Więc jak najbardziej. Jest to możliwe, że kobiety prorokują. Przeczytajmy jeszcze czternasty rozdział, czterdziesty czwarty wiersz. Czy kobiety powinny czynić do zdomadzenia? Na tą pytania udziela odpowiedzi trzydziesty czwarty wiersz. Niech wasze kobiety milczą w kościołach, bo nie pozwalę się im mówić, ale mają być poddane, jak ktoś prawo mówi. Jeszcze dodamy pierwszym Tymopeusza. Drugi rozdział, 12 wiersz. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała po cichości. Więc w ramadzeniu nie ma nauczać. Nie ma po prostu nauczać, generalnie. W ramadzeniu ma milczeć. Dlaczego? Bo Paweł tak to ustanowił? Nie. Bóg jest miłością, pamiętajmy o tym. Bóg chce błogosławić. Bóg dał kobietom bardzo wzniosłe i odpowiedzialne czynności. Bóg żył. Prawdopodobnie najwięcej ludzi nawróciło się przez bieżące matki. Jak wiele czynią nasze żony w związku z wychowaniem dzieci. Wir sind dazu als Männern nicht in der Lage, weil wir arbeiten. Wir als Männern nicht in der Lage sind, weil wir arbeiten. Wie viel Güte, wie viel Strecke, wie viel Langmut ist es, um Kinder zu erzählen. Wie viel Drogen, wie viel Oströße, wie viel Cierpflöße es braucht, um Kinder zu erzählen. Da waren wir gerade frisch verheiratet. Wir haben unser erstes Kind. Wir haben unser Kind für ein Jahr. Wir haben einen Jahr ein Jahr. Und ich war ja auch die Erziehung schon mit anderen Teilen. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass es nicht wahr ist. Das Kind ist nicht mehr, wie wir reagieren. Das Kind reagiert, dass wir nicht wissen, was zu tun können. Warum? Wir haben uns immer wieder zu machen. Das ist natürlich ein Gebet. Das ist natürlich sehr gut, dass wir uns machen. Das sind wir, wo wir Götter und wo wir strengen sind. Das ist natürlich auch ein Gebet. Das gehört natürlich auch, dass die Kinder zu einem unterwörtlichen Verhalten beachten. Für die Kinder sind auch die Kinder, die sich zu beurteilen. Auch Anna war eine Frau, die war eine Frau, eine Frau, eine Frau. Auch Anna war eine Frau, eine Frau, eine Frau, eine Frau, eine Frau. Dann vielleicht als Letzte und die Sterre aus Titus, Titus 2. Jeszcze ostatni przykład z Titusa. Drugi rozdział. Da werden die Eltern angesprochen. Und erst drei. Trzeci wiersz, tam starsze kobiety są wymienione i jakby wzywane do tego, aby podobnie starsze kobiety nie zachowują się w sposób godny i świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Z kontekstu tutaj widać, że ona w swoim zakresie domowym ma pewne słowo do powiedzenia, mianowicie co do codziennego życia. W życiu, w rodzinie nie ma nauczać naukowo na przykład na temat listu do Rzymian. Ale jej nauczanie ma polegać na tym, że ma pouczać młodsze kobiety, jak kochać swoich mężów, jak kochać dzieci. Wracając do naszego tekstu, przechodzimy do szóstego wiersza. Jeśli kobieta nie nagrywa głowy, niech się też sprzyże. Widać trochę z tych słów taką ironię Pawła. Bo istnieje coś takiego, taki stan, w którym ludzie nie chcemy dać sobie nic powiedzieć. I dlatego Paweł trochę tak ironicznie nieraz pisze i mówi, dobra, w takim razie niech sobie sprzyże włosy. Można powiedzieć, że taka ironia przemawia też do słuchaczy. Więc, teraz zadaję pytanie, skoro jest to hańbiące dla kobiety czuje tą hańbę, skrzyżąc włosy. To znaczy, że po takim strzeżeniu ma całkowicie krótkie włosy i odczuwa kareko hańbę lub całkowicie je ogoli. To znaczy, że nie ma już w ogóle włosów. To jest to jedną i tą samą rzeczą. Lass sie sich bedecken. Lass sie sich zielsetzen. Dlatego celem jest, niech nakrywać swoją głowę. An ich wisse paralele, zu 1 Korinther 11. Można to porównać z Korinthian 11. A jeder aber prüft sich selbst, und also esse er. W późniejszych naszych wierszach, w tym rozdziale. Mianowicie, gdzie czytamy, niech każdy doświadcza siebie samego, i niech je. Also ganz gleich, wie das Selbstgericht ausgefallen ist. Więc niezależnie, jak oceniamy siebie samego. Die Zielsetzung zu Selbstgericht, ist das wir? Celem. Każdego takiego oceniania siebie samego, jest ten, aby ostatecznie wsunąć zło, wieść z tego. Und so ist die Zielsetzung auch hier? Lass sie sich bedecken. Tak samo jest i tutaj. Niech kobieta oceni się, doświadcza się, i niech pokrywa swoją głowę. Das passt natürlich in unsere alte Gesellschaft. Oczywiście w nasze dzisiejsze społeczeństwo takie myślenie już nie pasuje. Wie sieht das denn aus? Jak to wygląda, myślimy. Ja, doch. Kein unterschiedlich dränge. Przecież nie ma już różnej hierarki. Und man könnte noch viele andere argumente anführen. I inne argumente. Aber die Ordnung Gottes hat einfach vor. Ale porządek Boży po prostu tak to ustanowił. Und ein Herz, das den Herrn liebt, wird diese Ordnung anerkennen. I serce, które mimuje Pana, uznaje diesen porządek. Er appelliert gewissermaßen. Lass sich bedecken. Dlatego on w pewnym sensie wzywa słuchaczy i mówi, niech pokrywa, nakrywa swoją głowę. Der Mann, w Gegensatz, soll ich nicht bedecken. Jednak mężczyzna nie ma nakrywać swojej głowy. Ohne das nicht. Dlaczego nie? Er ist in einer unter anderem Stellung. Przecież on również jest w takiej pozycji poddania. Ja, ist in einer unter anderem Stellung. Owszem. Jest. Aber das ist hier nicht außerged. Aber w Jego przypadku nie o to chodzi. Er ist Gottes bild und Gottes. W Jego przypadku słowo Boże mówi, że chodzi o to, że jest obrazem Boga i Jego chwały. Der Mann ist ein gewisser präsentant Gottes. Mężczyzna jest w tym znaczeniu, w tym porządku Bożym reprezentantem Boga i Jego chwały. Oczywiście przez grzech ten obraz został niestety zniekształcony. Aber es ist auch so, wie er aus der Amten Gottes hervorgehen ist das Bild Gottes und die Herrlichkeit. Aber w takim, w jakim Bóg ostrożył. I takim ma, ist obrazem też, na Chwałem Boga. Und die Frau ist es meine Herrlichkeit. Aber wenn du eine Frau ist, ist es meine Herrlichkeit. Aber wenn du eine Frau ist, ist ein Frau. Ganz deine Herrlichkeit ist eine Frau nicht. Janie, die Frau ist deine Frau, richtig? Das sagt die Schrift hier. Ja, das ist das Wohlbeirat. Daher wurde früher gedacht, dass der Mann im Rang ist. Nicht in der Wertigkeit im Rang ist. Das Wohlbeirat, das heißt, dass der Mann im Rang ist. Das ist das Wohlbeirat. Das ist das Mann, das ist das Wohlbeirat. Das ist das Wohlbeirat, das ist das Wohlbeirat. Das ist das Wohlbeirat. Das ist das Wohlbeirat. Das Wohlbeirat war, dass der Mann Initially über supported und durch Angebot werden, dass er Gott macht und doch sein ehrlich zuア jersey zu authenticenсте ist darmh воз мной das nicht. Das ist das Wohlbeirat. Das war schon jetzt. Das ist das Wohlbeirat. Nun, wann es ist ein extractier ist, dass er ein Gibber ist und ein Kind. Der Frau serpft auf dem Weg. Das ist das starke Kommer. Der Mann sieht Ausgang der einem Gleich Having Itten. Das ist der Mann nicht die Ehrlichkeit, sondern die Frau ist ihm. Das Mann ist ja nicht die Ehrlichkeit. Aber z drugiej strony, wir sehen, dass nicht mężczyzna ist schwałą jemanden, sondern kobieta ist schwałą. Mężczyzna. Das ist ein weiterer Punkt in Vers 8. Der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Zuerst war der Mann da. Das macht uns der Wichtigste Schöpfungsberichter. Gott hat das in seiner Souveränität zu feststellen. Vers 9. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzn. Hier geht es nicht um die Reihenfolge wie in Vers 8, sondern hier geht es um den Zweck. Hier geht es um die Koleinigkeit um den Zweck. Die Frau war der Mann. Um das Mann zu gehen. Um das Mann zu sagen, ich will meine Hilfe machen. Vorher wird gesagt, dass alles sehr gut ist. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 31. Aber Gott sah natürlich, dass es auf eine weit höhere Art und Weise ein Vorbild wurde. Und diese Frage, jetzt sind wir wieder bei der Prophetischen Linie, ist ein Bild von der Versammlung. Das ist ein Bild von der Versammlung. Das ist ein Bild von der Versammlung. Er war völlig unfähig, diese Lücke auszudrücken. Er war völlig unfähig, diese Lücke auszudrücken. Er war völlig unfähig, diese Lücke auszudrücken. Aber Gott in seiner Weisheit und in seiner Liebe sagt, ich will dir helfen. Aber Gott in seiner Minderheit und Macht sagt, ich will dir helfen. Ist eine Hilfe etwas Negatives? Ist eine Hilfe etwas Negatives? Ist eine Hilfe etwas Negatives? Ist etwas weniger wertvolles? Ist etwas weniger wertvolles? Gott ist eine Hilfe. Das kann auch Gott. Nur Gott kann das tun. Er führt zwei Menschen zusammen. Er machte zwei Menschen zusammen. Er machte zwei Menschen zusammen. Er machte zwei Menschen zusammen. Die ganz unterschiedlichen. Er ist eine sehr unterschiedliche. Er ist eine sehr unterschiedliche für ein ganzes Leben. Aber sie sind mit einer ganzen Welt. Und ein Bild abzugehen von Christus und Jesus. Er ist eine größte Blödessung. Er ist ein Bild von Christus und Gottesouveränis. Er zeхuer zu steckig. Er ist nicht nur durch die Gläubigen. All ist eine ganz klaridad an gläubige. Das ist eine neue Erï Launchung. sized Irfan und ihr Radnism seit allen Dingen . Er auch sehr ließ das Kobe. Also der Zweck ist, die Frau wurde dem Mann geklebt. sigu eine sage coastline. Er bedeutet eine Frau zu sch інst sentido. Der Bez지는 wenn man vielme vous die Eine sehr unterschiedliche. Unser Leben hat einen gewissen Zweck. Wir sind nicht ein gewisses Ziel, ein gewisses Ziel. Wir sind nicht ein gewisses Ziel, ein gewisses Ziel. Paulus hat einmal keinen Ausweg gesehen, aber nicht ohne Ausweg. Paulus hat einmal gesagt, dass er kein Ausweg gesehen hat, aber nicht ohne Ausweg. Mit jedem Leben hat Gott ganz großartiges Wort. Każdem Leben, każdą drogą naszą, Bóg ma cudowne cele. Psalm 139 nam to pokazuje. Manche haben schwer, einen Körper anzunehmen. Są ludzie, którzy mają trudności przyjąć, zaakceptować, das eigene Körper anzunehmen. Oder den Charakter anzunehmen. Oder den Charakter anzunehmen. Gott hat uns auf eine ausgezeichnete Weise gemacht. Aber Bóg sagt, dass er uns in einen schönen Weg bilden. Wenn wir ihn infatisieren würden, wenn wir ihn das kritisieren würden, würden wir ihn als unsere Stwärter auswählten. Er hat uns wie ein Stückwerk gemacht. Er hat uns wie ein Stückwerk gemacht. Er hat uns 8. Jetzt haben wir in Vers 10 eine Schlussfolgerung. W 10. wierszu haben wir ein wniosek. Darum soll die Frau eine Maske auf den Frau tragen, um den Engel will. Darum soll die Frau eine Maske auf den Kopf haben. Also ein weiterer Grund dafür, warum die Frau eine gewisse öffentliche Öffentlichkeit haben. Darum soll die Frau eine Maske auf den Kopf haben. Was sind meine Engel? Die Engel sind ganz gewaltig. Bo Słowo Boże nas uczy, że Anioły to są mocarze potężni. In Psalms 103 na przykład. In Psalms 103 na przykład. Czytamy o nich, że są wykonujący Jego Słowo. Wie viele tausende konnte eine in eine Nacht wundring? Ile tysięcy osób jeden Anioł mógł zabić jednej nocy? Ganz gewaltig. To są potężne istoty. Nawet jeśli je nie widzimy, są one obecne. Ephesians 3 na przykład. Sechst. 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 Vers 10 na przykład. Sechst. 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 Wie manchmal sehen wir das völlig anders. Wie oft sehen wir das völlig anders. Bei meinem Bruder haben wir die eigene Art. Bei der Schwester den Fehler. Bei der Schwester den Fehler. Bei der Schwester den Fehler. Und so geht es weiter. Und so geht es weiter. Da müssen wir einfach sagen, unsere Brille stimmt nicht. Wir müssen sagen, was mit unseren Okularern ist nicht so. Denn hier steht, die Engel sehen, wie der Mannich war die Weisheit Gottes. Bo Aniołowie mówią, że oni widzą zamiast tych błędów mądrość Bożą w Zarmadzeniu. Die Weisheit Gottes kommt in der Versammus zum Ausfluss. Mądrość Boża jest widoczna w Zarmadzeniu. Und die Engel haben die richtige Sichtweise. A Aniołowie mają odpowiednią perspektywę, punkt widzenia na Zarmadzeniu. Und... Und wenn die Engel sehen, dass ihre Schwester die Begründen haben eine Begründung, und die Augen haben eine Begründung. Und die Mädels sehen, dass sie in der Unterbruchung haben. Und das ist ein Schwester. Und das ist eine Begründung. Also um die Engel willen ein weiterer Punkt, die Kopf der Kugel. 10. Wiersz, in unserem раздел, der folgende Porung der Nachkriege ist, nämlich auf Aniole. Wieder ein schöner Vergleich in Vers 11. 11. Wiersz, der noch eine Frau, ohne den Mann. 12. Że jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny czymśkolwiek. 13. Tu jest wymienione kobieta w pierwszej kolejności. 14. Bóg jest suweren. 15. Aby kolejność ustanować, jak mu się podoba. 15. Znaczy? 16. Kobietom to tylko jedną część, jedną stroną. 16. Der Mann ist auch nur ein Teil. 16. Mężczyzna ist też tylko jedną stroną. 16. Alles hat eine Einheit im Herrn. 17. Ale wszystko razem tworzy pewną jedność. 18. Pan. 18. Ich will noch nicht aus Petrus schlesen. 18. Chciałbym przeczytać jeszcze jedno miejsce z Listu Piotra. 18. Er spricht auch von den Eingern. 19. Pan też pisze o aniołach. 21. Rog. 1. 12. Wiersz Es gibt es ihnen, dass sie nicht sie selbst, sondern sie haben, sondern sie haben, dass sie uns jetzt für diejenigen, die sie von euch, von euch, von euch, von euch. Diese Dinge müssen wir aniolle sehen. Aniolle wollen wir aniolle sehen. Aniolle wollen wir aniolle sehen. Sie müssen wir aniolle sehen. diese mannigfaltige Weiße. Aber sie sind nicht in Ordnung. Das ist Möbel. Vers 12. Die Frau ist für Mann. Die Frau ist für Mann. Vorrat mit der Reihenfolge in Vers 8. Denn der Mann ist nicht von der Frau. Die Frau ist für Mann. W VIII wierszu kolejność była odwrotna. Że mężczyzna nie jest kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Also klar, das acht, das ist ja auch die Schöpfung. Więc, jest to dla nas klarone, że VIII wiersz nawiązuje jakby do aktu stworzenia. Zuerst wurde Adam geschaffen, und dann wurde die Frau gewinnen. Został stworzony Adam, und dann Później Ewa. Und hier in Vers 12, sagst du Gott. A tu w XII wierszu Bóg mówi I Frau ist für Mann. Że kobieta jest z mężczyzny. Das ist auch der Mann durch die Frau. I dodaje, tak mężczyzna jest z kobietę albo przez kobietę. Więc widzimy, że jest takie odwzajemnianie się. Jeder Mann ist für Mann auf der Frau. Und das geht's ja nicht. Że, co do znowu narodzin, każdy mężczyzna jest urodzony przez kobiety. Więc Słowo Boże nam pokazuje, że chociaż kobieta została stworzona przez mężczyzn, to jednak każdy mężczyz narodzi się z kobiety, każdy jest zależny od drugiego. Alles ist von Gott, sagt er. Wszystko jednak pochodzi z Boga. Diese wunderbare Einheit ist von Gott vorgegeben und gebildet. Cudowna jedność jest przez Boga tak utworzona i dalej. Jetzt wird ja das persönliche empfinden vorgestellt. I Vers 13 13 wierszu przedstawione jest osobiste takie wrażenie, uczucie. Urteil bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau umbringt oder betet? Mianowicie, porusza osobiste wrażenie i mówi, osądźcie sami. Czy wypada, kobiet się modlić się do Boga bez nakręciakowych? Dieses setzt ein geistiges beurteilungsvermögen voraus. Można powiedzieć, że takie przekonanie uwarunkuje potrzeb, potrzebuje pewne duchowe usposobienie. Wenn ein geistiges beurteilungsvermögen da ist, dann wird man erkennen, dass es anständig ist, wenn eine Frau bedeckt zu Gott betet. Jeśli mamy pewne duchowe umiejętności albo osąd, znajomości, wtedy poznamy te myśli, są słuszne, że kobieta ma nakrębacji na wole. Kolejny aspekt w czternastym wierszu. Es ist eine uneere. Es ist eine uneere. Bei der Frau ist es eine Ehre. Dla kobiety jedoch ist eine Ehre. Wenn das eine Ehre für die Frau ist, dann wird sie doch nicht alle nerven schneiden. es ist eine Ehre. Wenn es eine Frau ist, dann wird sie doch nicht schweig. Es ist eine Ehre. dass sie eine Ehre. Die Ehre ist eine Ehre. Sie sind eine Ehre. Sie sind mit einem Ich habe eine Kopfschmerzen, wenn sie bitte, du da wachsach. Aber die Begründung braucht es, um sich zu bedenken und zu prorokieren. Also, es ist eine Ehre zu sagen. Ich habe eine Frage. Kann ich eine Frage stellen? Ja. Ich weiß, ob es sich um die Begründung geht, oder ob es sich in der Hohenzolle ist. Was meinst du? Das Bedecken, immer dann, wenn andere Personen auch da sind. Also, eine Frau, eine Frau, eine andere Frau, die Krankenhaus, und sie liest ein Wort aus Gottes Wort. Ich denke. Dann soll sie mich bedenken. Oder sie mögt sie mit ihr, Frau. Dann soll sie mich bedenken. Natürlich kommt das besonders zu Hause, wenn wir zusammenkommen. Natürlich kommt das besonders zum Haus, wenn wir zusammenkommen. Natürlich kommt das besonders zum Haus, wenn wir zusammenkommen. Wenn der Mann zu Hause bejetet, dann ist sie ja nicht der Mensch, der bei Samuel nimmt die Führung des Mannes ein. Kiedy der Mann zu Hause bejetet, sie liegt nicht an ninguém, also an einem Menschen. Sie nehmen dann eine Führung in Position ein und dann ist es wichtig, dass Sie die Engelwelt auch gegenüber sein und ich für eine Unterwürfe gestalten kann. Wenn Sie eine Führung anwesendung haben, dann muss sie auch mit einer Führung anwesendung sein. Es gibt noch eine Frage. Es ist jetzt eine dritte Person. Aber dann geht es um eine andere Person. Eine andere Person. Also die Frau ist da, der Mann ist da, wird der Mann da erst gebeten. Ja, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass der Mann die Führung der Alpesraus hat. Also wenn man jetzt die Frau ist, muss es sich für die Frau bedanken. Wenn man nicht, wenn man diese Frau anwesst, muss es sich anwesst. Wenn man nicht, wenn man diese Frau anwesst. Dann muss es sich anwesst. Aber wenn man nicht so ein Worte ist, wenn man ein Worte ist, wenn man eine Frau anwesst. Dann endet Paulus für sich ein bisschen strenger. Aber das ist ja auch durch den Heiligen Geist gleich. Wenn es aber jemand für gut hält, streitig zu sein. Wenn wir uns über diese Gedanken austauschen, wie gerade nicht. Das ist ja kein streng süchtig zu sein. Wenn wir so wie gerade reden, dann versuchen wir vor dem Herrn zu tun. Aber wenn ein streng süchtig ist, muss er immer streit haben. Aber wenn jemand immer streitig fühlt, dass er sich immer streitig fühlt, dass er sich streitig fühlt, dass er sich streitig fühlt, dann ist das Ziel, dass er sich streitig fühlt. Nicht die Erkenntnis Gottes oder die Umsetzung der Gedanken Gottes. Nicht, dass er sich nicht mehr fühlt, sondern sie zu tun. Und streitig zu sein, dass er immer im bösen Herzen sagt. Das ist ein Ausdruck des Hochwurz. Das ist ein Ausdruck des Hochwurz. Wir haben ja gelernt, wie Liebe sucht nicht das Irre. Wir haben eine solche Gewohnheit nicht. Wir haben eine solche Gewohnheit nicht. Da meint Paulus also sich selbst und seine Mitarbeiter. Aber er sieht das auch aus. Aber er hat die Gedächtigung, dass er auch die Gesamtung Gottes gewonnen hat. Alle Glauben haben die Eigenschaft, dass ich vor dem Wort Gottes einfach vorgehe. Denn wenn jeder wirklich ehrlich ist, dass er sich für die Gedächtigkeit ist, dass er sich von diesen Gedanken schütztet hat, dass er sich für diese Gedanken schütztet hat. Und zwar nicht die Gedächtigung, dass er sich für diese Gedanken schütztet hat. Paulus sagte, seit meiner Nachnamen reichte ich Christi. Das gute Vorbild ist unbedingt erforderlich. Das Festhalt der Wahrheit, der zweite Punkt 4. Und damit wurden die Gedanken eingeleitet über die Schöpfungsordnung Gottes. Und das sind wir von diesem Wort. Wie es أي Und davon abgeleitet ist die Forderung, dass die Frau, wenn sie betet oder weiss sagt, dass sie in der Gesellschaft sich bedeckt. Das ist die Idee, dass die Frau, wenn sie sich an der Gesellschaft schützt, wenn sie sich schützt, 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 schützt. Der Heilige Geist hat verschiedene Argumente aufgelöstet. Duch Boży przedstawił różne Argumenty. Jetzt noch mal Vers 6. Wenn die Frau nie schützt, 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 schützt und schützt, schützt. Wenn die Frau nicht schützt, schützt, schützt oder schützt, schützt, schützt. 7. Der 7er wiersz sagt, dass man nicht nachdenken muss, denn es ist ein Bild von der Frau, die von der Frau vorgegeben ist. Das ist ein Bild von der Frau, die von der Frau vorgegeben ist. Das ist ein Bild von der Frau, die von der Frau vorgegeben ist. Das ist ein Bild von der Frau, das sagt, dass die Frau vorgegeben wird. Selbst die Natur schreibt uns an. Und auch die Gewöhnheit in der Frau vorgegeben. Und auch die Gewöhnheit in der Frau vorgegeben. Wie komisch kommt es vor, wenn man auf der A hat. Das ist ein Bild von der Frau vorgegeben. Ich denke, wenn die Frau sehr zu sehen, dass es einfach nicht verraten wird. Man will sagen, dass Lindberg hatte sehr lange scrollen. da haben sich stirbren wir, vaccine-und-ist. Wir wollen diese Ordnung unterhalten, und wir wollen diese Ordnung unterhalten, wie wir diese Ordnung unterhalten aret für Gott, wie wir diese Ordnung unterhalten, die Ordnung unterhalten, die von Gott unterhalten fühlt. beziehung mal, Und als Uns doctors tut buchen, diese Ordnung unterhalten, som die Leser hat Ihnen gewiss. Wenn die Einfounden doch schauen in die Persönung, wie wir jetzt in diesen Persönungsmacht faceieren, Sie sehen uns in der Kirche, die sich in der Kirche befinden. Sie sehen, dass sie sich in der Kirche befinden. Sie sehen, dass sie sich in der Kirche befinden. Warum? Warum? Aus Liebe zu Herrn Jerofow. Sie sehen, dass sie durch die Kirche sind weniger wertvolle als Bratia? Na pewno nicht. Ist das überhaupt möglich? Gott hat jedem ein volles Maß gegeben, was er erfüllen kann. Gott hat jedem ein volles Maß gegeben, was er erfüllen kann. Es geht nicht um das Geschwächt. Es geht auch nicht um den Auftrag, den er gibt. Es geht auch nicht um den Auftrag, den er gibt. Sondern es geht mit Freude, in der Du und ich die Gnade Gottes wirken, was er ist. Wenn wir unsere Wirtung haben, um die Verteidigung, wie wir das in der Kirche befinden. Wie viele schöne Beispiele haben wir von Geistlichen Koronien und der Liebe. Wie viele sehr liebige Beispielen haben wir von Geistlichen Koronien und der Liebe. Gott hat ein volles Maß an denjenigen gegeben, dass Buche jedem ein volles Maß an denjenigen geben. Ich möchte, dass wir dieses volles Maß an denjenigen geben. Ich möchte, dass wir dieses volles Maß an denjenigen geben. Damit den Allem Gott erheblich werden. Damit Buche we wszystkim wird erwähnt.